Teil 17 von komischer Lyrik Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Die Kugeln von Christian Morgenstern Palmström nimmt Papier aus seinem Schube und verteilt es kunstvoll in der Stube und nachdem er Kugeln draus gemacht und verteilt es kunstvoll und zur Nacht und verteilt die Kugeln so zur Nacht, dass er, wenn er plötzlich nachts erwacht, dass er, wenn er nachts erwacht, die Kugeln knistern hört und ihn ein heimlich Grugeln packt, dass ihn dann nachts ein heimlich Grugeln packt beim Spuk der packpapierenden Kugeln. Ende von Die Kugeln Aufgenommen von Bettine Der Kugeln Aufgenommen von Bettine